Drei Teams treten an, jeweils zwei Promis und ein Profi stehen gemeinsam am Herd. Zwei Liter Wasser, das ist das Muster. Mehr als 200 Gäste wollen am Filmhof in Aspanan der Zeyer verpflegt werden, da muss alles wie am Schnürchen laufen. Also ich muss nur würzen. Es sind drei Profis, also was soll ich? Es ist im Moment ungünstig, drei Leute streiten und ein Messer in der Hand, ganz schlecht, ganz schlecht. Ein bisschen ratlos auch das Servierpersonal. Verdurstet ist bei den Herren des Lions Clubs Weinviertel Nord trotzdem niemand. Und nicht nur das Kinderteam ist mit besonderem Ernst bei der Sache. Ehrlich gesagt, lachen tue ich beim Kochen eigentlich eher selten, nur wenn man da vielleicht was misslingt. Wir laufen dann beim Essen. Genau, beim Essen machen wir dann. Das ist ja nicht lustig kochen, ne? Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Sie haben schon einen Konkurs gemacht, ja, da haben wir auch so einen Lachstertag gemacht. Aber das habe ich dann gemacht zum Muttertag, aber das ist nichts geworden, das habe ich total versalzen. Ja, das ist jetzt nicht besser. Das heißt, das ist nicht selbst gesetzt, oder nein? Nein, das ist für meine Schuld. Das ist gut. Wie schaut es in echt aus mit der Kochkunst? In echt schaut es so aus, dass mein Mann kocht. Die Gerichte gehen heute trotzdem weg wie die warmen Semmeln und das ist gut so. Der reine Erlös kommt einer bedürftigen Familie zugute.